Schütze ist die allgemeine Bezeichnung für einen Soldaten des Fußvolks der Infanterie, der eine Schusswaffe trägt und im Gefecht handhabt. Von 1920 bis 1945 war Schütze auch der unterste Dienstgrad der Dienstgradgruppe der Mannschaften einiger Waffengattungen des deutschen Heeres. Bundeswehr Schütze hat sich in der Bundeswehr als Begriff, aber auch als Auchrangbezeichnung in vielfacher Weise erhalten. Beispiele hierfür sind der Schützenpanzer für ein Kampffahrzeug der mechanisierten Infanterie oder der Schütze als Bezeichnung für einen Soldaten des Heeres im niedrigsten Dienstgrad bei der Nachschub-Feldjäger-ABC-Abwehr-Aufklärungs- und Instandsetzungs-Truppe. Historische Entwicklung Die Bezeichnung Schütze entstand im deutschen Sprachgebrauch wahrscheinlich bereits im 14. Jahrhundert. Sie wurde auf Träger von Feuerwaffen angewendet. Vorläufer waren die Bogner als Bogenschützen und Armbruster als Ambrustschützen. Erste Schützenordnungen in Städten sind aus dem 15. Jahrhundert bekannt. Die seit dem 14. und 15. Jahrhundert wieder rasch stehende Infanterie gliederte sich nach der Bewaffnung in Handfeuerwaffen und Pikeniere. Der Anteil der Schützen betrug um 1500 rund 10 Prozent, da diese Bewaffnung teuer war. Stieg jedoch mit der breiten Einführung der Feuerwaffe in der Folgezeit rasch an. Erste Schützengattung waren die Akebuser, genannt nach der von ihnen geführten Akebuse. Sie wurden im 17. Jahrhundert von den Musketieren abgelöst, neben denen sich auch die Physiliere, die Jäger und im 18. Jahrhundert die Grenadiere als Schützengattungen entwickelten. Anfang des 18. Jahrhunderts hatten die Schützen die Pikeniere aus der Armee verdrängt. Da das Steinschlossgewehr schneller geladen werden konnte als eine Lundenschlossmuskete und zur Nachverteidigung das aufgepflanzte Bayonett diente. Durch das Aufkommen neuer Waffen, vor allem im 20. Jahrhundert, bildeten sich das Wort Schütze auch für Funktionsbezeichnungen heraus wie MPI-Schütze, MG-Schütze und Scharfschütze. Die Bezeichnung Schütze wurde auch bei der Artillerie. Für die Bediener schwerer Infanteriewaffen und in Panzerfahrzeugen mit den Funktionsbezeichnungen Richtschütze und Ladeschütze übernommen. Bedeutung der Schützen im Gefecht Anfangs spielten die Schützen infolge ihrer geringen Anzahl nur eine unbedeutende Rolle im Gefecht. Sie schwärmten lose vor der Front und am Rand der Gefährthaufen eröffneten den Kampf und zogen sich danach in den Schutz der Pikeniere zurück. Mit dem zahlenmäßigen Anwachsen der Schütze im 16. Jahrhundert entstanden zur besseren Verbindung von Stoß und Feuerkraft neue, in Eudonanzen festgelegte Gefechtsordnungen. Sie führten im 18. Jahrhundert zur Lineartaktik, für die das Salbenfeuer der angeschlossenen Infanterielinien mit anschließendem Bayonettangriff charakteristisch war. Die sich im Gefolge der Französischen Revolution von 1789 vollziehende bürgerliche Umgestaltung des Militärwesens schloss tiefgreifende Veränderungen in der Organisation und Kampfführung der Infanterie ein. Die taktische Rolle der Schützen wuchs als Teil der neuen Tierarjeure und Kolonnentaktik. Es kam auch zur Bildung von Schützenbataillonen, später von Schützenregimentern. Die Einführung neuer, wirkungsvollerer Feuerwaffen förderte Mitte des 19. Jahrhunderts die Herausbildung des Schützengefechts in aufgelöster Ordnung als Hauptkampfform. Der Infanterie Die Bedeutung der Schützen in den bewaffneten Kämpfen des 19. und 20. Jahrhunderts widerspiegelt sich in Bezeichnungen für Gefechtsordnungen, wie in den Fechtarten Schützenlinie und Schützenreihe und für Feldbefestigungen wie Schützenloch und Schützengraben, heute Kampfstand. Gute Schützen erhalten als Auszeichnung die Schützenschnur. Seit der Verordnung des Chefs der Heeresleitung in der Reichswehr vom 6. Dezember 1920 wurde die Bezeichnung Schütze als unterster Mannschaftsdienstgrad in den Landstreitkräften, zunächst bei der Infanterie und später in den entstehenden Panzertruppen, dort Panzerschütze eingeführt. Der folgende Rang war Oberschütze. Schützen wurden insbesondere zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Schützenregimenter formiert. In Sachsen bestand bis 1918 neunzehntel einer Dekasekunde Schützenregimentnummer. Schützen in deutschen Heeren Schützen wurden in der Regel aus bürgerlichem Umfeld rekrutiert, während die Jäger aus dem ländlichen Bereich kamen. Im französischen Sprachraum wurde der Tiraljöre verwendet und im englischen Sprachraum wäre der Begriff mit Reifelmen zu übersetzen. Nachdem sich die Kavallerie im Ersten Weltkrieg als nur noch bedingt brauchbar erwiesen hatte, formierte man im deutschen Heer einen größeren Teil dieser Truppen in Kavallerieschützenregimenter und Divisionen um, die wie normale Infanterie eingesetzt wurden. Der Begriff Schützen wurde auch in der Wehrmacht verwendet. Hierbei war die Schützentruppe ein Teil der schnellen Truppen und bildete den infanteristischen Anteil der frühen Panzerdivisionen. Eine Panzerdivision verfügte damals über je eine Schützenbrigade, bestehend aus zwei Schützenregimentern und einem Kratzschützenbataillon. Später wurde die Bezeichnung in Panzergrenadiere geändert, die auch in der heutigen Bundeswehr fortbesteht. In der Wehrmacht gab es zudem den Mannschaftsrang Oberschütze und in der Waffen-SS den Rang SS-Oberschütze. Rangabzeichen bis 1945, Anmerkung. O steht für das On-A-Rangs. Entsprechend der betreffenden Teilstreitkraft, Waffengattung, Spezialgruppe oder Verwendung war das Äquivalent zum Schützen. Beschlagschmiedreiter und Beschlagschmiedsschütze, Fahrer und Kraftfahrer, Flieger, Funker, Grenadier, Jäger, Kanonier, Musketier, Matrose, Panzerfüselier, Panzergrenadier und Panzerschütze, Pionier, Reiter und Trompeterreiter. Im NS-Rangefüge war das Äquivalent zum Dienstgrad Schütze der Wehrmacht, der SA-Sturmmann, der SS-Mann in der allgemeinen SS und der SS-Schütze in der Waffen-SS. In der NVA gab es in den Landstreitkräften die Waffengattung motorisierte Schützentruppen, deren Angehörige Motschützen hießen, und die Funktionsbezeichnung Schütze einer Gruppe. Siehe auch Schütze, SS-Schütze, KK, Standschützen, lettische Schützen, Tiroler Schützen.